Atem ist Leben. Atem trägt uns. Ohne Atem könnte unser Körper nicht funktionieren. Der Körper fordert von uns keine tiefe Atmung, um zu überleben, sondern nur eine Atmung, die eine ausreichende Sauerstoffversorgung gewährleistet. Das funktioniert ohne, dass wir darüber nachdenken. Quasi automatisch. In dem Moment, wo wir darüber nachdenken müssen, wird dies oft zum Problem. Die Atmung ist eine der Grundfunktionen des menschlichen Körpers und geschieht mehr oder weniger unbewusst als eine Mischung aus Flanken und Bauchatmung. Dabei ist der wichtigste Muskel das Zwerchfell, das sich einmal quer durch den Rumpf zieht und zwei Räume abteilt. Einmal den Bauchraum und einmal den Brustkorb. Beim Einatmen ist es so, dass sich das Zwerchfell anspannt und dadurch absenkt. Und hierdurch vergrößert sich der Brustkorb und die Lungen füllen sich mit Luft. Beim Ausatmen lässt dieser Muskel einfach nur locker. Das heißt, Ausatmen ist gar kein aktiver Vorgang, sondern einfach ein Lockerlassen der Muskulatur und die Luft strömt wieder passiv aus, indem das Zwerchfell in seine Ursprungsposition geht und Brustkorb und Lungen wieder zusammenfallen. Beim Musizieren und Singen ist das allerdings anders, denn hier wird der Ausatmungsvorgang muskulär geführt. Das bedeutet, dass man sowohl das Zwerchfell, aber auch andere Artenmuskeln, zum Beispiel die Bauchmuskeln, die Rückenmuskeln, aber auch die Beckenbodenmuskeln ganz bewusst vorsichtig locker lässt und dadurch wird die Luft über einen langen Zeitraum und sehr dosiert abgegeben. Für das Spielen von Blechblasinstrumenten ist eine tiefere Atmung unabdingbar. Dafür benötigen wir eine durchlässige, wohlgespannte Körperhaltung. Der Atem ist nun nicht nur dazu da, um uns mit Sauerstoff zu versorgen, sondern bekommt ganz neue Funktionen. Als Teil der Klangsäule und als wichtiges Gestaltungselement. Hier sieht man einmal die losgelassene, unterspannte Haltung, bei der der Rücken unnötig angespannt ist. Hier die nach hinten gelehnte, sogenannte Sway-Back-Haltung. Bei der Sway-Back-Haltung ist die Bauchdecke unnötig angespannt. Zum Blechblasen brauchen wir die sogenannte Tiefatmung. Leicht angeschaut, nicht so einfach umgesetzt, denn oft werden die für die entspannte Einatmung nötigen Muskeln für die Haltung benutzt. Eine verspannte Bauchdecke kann sich nicht lösen, um Raum für die Ausdehnung freizugeben. Um die Flankenatmung zu aktivieren, ist die natürliche S-Form der Wirbelsäule unabdingbar. Wenn es nun zur Ausatmung kommt, ist die Sensibilisierung für den Widerstand nötig. Die Lippen sind beim Anspielen geschlossen. Gleichzeitig bildet der Ansatz einen Durchgang, der die Luft zum Instrument führt. Dieser Durchgang wird durch den Rachenraum und die Zunge bis zu den Lippen gestaltet, das sogenannte Ansatzrohr. Die aktiven Atemmuskeln drücken dagegen. Die Luftsäule wird komprimiert und lehnt sich an den Widerstand, also die Lippen, an. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der sogenannten Stütze, die allerdings keinesfalls etwas Statisches und Unbewegliches ist, sondern mehr das Phänomen meint, dass die angespannte Muskulatur langsam locker lässt und dadurch den Ausatmstrom dosiert abgibt. Das italienische Wort appoggiare beschreibt dieses Phänomen sehr gut, da es durch die Bedeutung anlehnen, unterstützen, Flexibilität beinhaltet. Das deutsche Wort Stütze ist eher statisch und verleitet zu einem falschen Bild. Wenn die Aufrichtungsmuskulatur nicht benötigt wird, wie zum Beispiel beim Liegen, kann die Luftsäule einfacher gefühlt werden. Bei ausreichender Übung lässt sich dieses Gefühl sehr leicht ins Sitzen oder Stehen übertragen. Eine durchlässige Atmung ist wichtige Voraussetzung für einen ausdrucksstarken, obertonreichen Klang. Der Körper ist nicht mehr Gegenspieler, sondern Mitspieler beim Musizieren. Untertitelung des ZDF, 2020